los moin meine lieben freunde ich komme zu einem video mit etwa den leid sein mit dem spielegeber guten tag sind nämlich aber kleiner der killer ist geläftet er war auch sehr gut an was machen wir heute um kill ankommen hoffentlich mal wieder nicht nach zehn minuten abbrecken das gefällt ist gern abo da nicht nur bei ihm sondern auch beim spielegeber dann können wir noch im stream äh ja genau schaut euch am stream vorbei schaut euch in der video schreiben vorbei bei uns am links video und twitch kanal dick doch discord könnt ihr auch wobei schon wieder wollt bei linktree ja mein ich doch hallo was hast du noch vergessen abonnieren liken und nicht vergessen wenn es euch gefällt was ist denn so lustig daran die aufgabe ja schon ausgewählt ja mit versteck dich 20 sekunden ach so warte du brauchst keine blutdings dies du musst in der nähe bleiben von killer oder blutzone da wurde die blutzone weg machst also also muss ich keine blutzone blut blutgerinnsel legen ach das gehört auch dazu und man hat geforscht wie nachforscht bei mir da steht ne sex was hallo hier bei shabby muss man immer schreien und brüllen naja muss man nicht naja hast du ja tomaten auf morgen ne mal gucken ob du morgen wieder verschläfst warum wieder ich sag nur samstag oder freitag ne freitag war das wo sie bis um neune gepennt haben ne bis um achte oder acht nein naja die falle große die du bist hin ja ich frage dich sieh da hin und wir laufen das bin ich nicht ich höre eine stimme ach nee ein killer ich glaube ich höre eine stimme aber kein herz schlagen nur eine stimme ach das ist die jägerin jetzt geht der puls an das ist die jägerin ja hee ich bin neben dir ja ganz klasse ach hast du dich gehört ja die ist richtig nicht gut kannst du sagen frage sie Hilfe ja sie gehört ja nicht wo du bist der wird dann gezeigt muss man auch in Mutterkarte schauen hier sind wir am bluten ich brauche erstmal Hilfe dahinten sehe ich dich ja ich bin in Rodes das bin ich fass auf die Kellerin kommt in der Nähe zum Furcht oder fass mich auch nicht retten und der eine kommt schon klasse 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 nicht holen nicht holen nicht holen nicht holen nicht holen nicht holen ja ich häng auch schon nicht kann er holen kannst du mir gleich aufschauen bist du wieder im Haken Achtung ihr müsst euch aufteilen Einer rafet, einer links. Komm, komm. Wir können gleich noch abbauen. Warte? Dahin kommt sie. Bist du zusammengedet? Nee. Nee. Ach nee. Der Voice-Wracker. Der Voice-Wracker. Was ist das? Dass du weißt, wo wir sind. Mach's heiß, da hab ich. Oh. Was war das? Komm mal raus. Wollt die mich holen oder was? Ja, die wollen dich holen. Was hat sie da für ein Ding immer? Eine Axt. Was da so eine Welle macht? Eine gelbe. Eine gelbe Welle? Au. Liegst du auch am Boot? Ja, schon wieder. Guck mal. Ich kenne Welle. Wie sie da kam, abstoßweise. Meinst du bei den runden Kreis? Ja. Ja. Ach, das ist, wenn du triffst. Da bekommst du mehr. Das wäre besser als eine Chance, dass du dich rein hast. Wie lange haben wir die Offennahme? Ja. Sieben Minuten. Na gut, wir müssen noch zwei Minuten abziehen wegen Wartezeit. Fünf Minuten überlebt. Ja. Ach, fick dich. Mal zurück zur Lobby. Ach, bist du auch schon weg? Ja. Ja, gut mal. Hat wieder nicht funktioniert. Mann, ist doch nervig. Sein flanken ist doch. Du warst ja nicht in der Nähe von diesen roten Kreis, Dings da. Ist aber schwierig da zu sein, wenn der in der Kilo in der Nähe. Ja, du darfst dich nicht erwischen lassen. Du musst noch 19 Stunden, dann wird etwa freigeschalten. Du musst noch mal auf die Stufen für zwei. Mach bereit, Baby. Nööööö. Du bist zwei, habe ich noch nicht. Nein. Ach, ach. Nein. Ui. Ich weiß was die Lähne machen kann. Was denn? Ach, Mensch. Ohne mich oder was? Ohne mich oder was? Ja. Warum? Mach nur was. so machen und dann und dann was ja und dann haben sie doch gesagt noch bereit ja ich weiß aber gibt es nicht das hat er wieder abgebrochen das war ich siehst du doch an namen wer abbricht ja scheiße wollte gerade abbrechen weil ich dir einen coolen trick zeigen wollte ist der kleine killer wie der ist am ende da steht dann gleich da bei mir immer was meine schwester noch einholen mit 3000 spielstunden ja gut ist einiges ich gebe nicht welcher color das ist bei mir richtig weiß wenn ich dann immer ja kommt könnte die krankenschwester immer so gemacht wenn sie so immer macht ja weiß was das dann bedeutet sie wird sich dann zu laut und hier ist ein generator im haus ja da bin ich auch gerade in der nähe das zuvoll mensch deines band immer die weißen doch er weiß dass da ist pfeifen drücken ja ich weiß ist optimal abhauen und die kurzfrau ach komm die hat mich angereiert hilf mir mal ach so ne brauchst du auch nicht mehr das deckt schon fest warum als ich befreit komm her ich brauche hilfe komm mit komm zu musst du das müsstest du damit ein killer machen mit der krankenschwester warte was denn so hier spakeln wie ich das gemacht hab hast du es nicht gesehen warte so hier guck so hier guck warte so hier musst du es dann machen bei der krankenschwester oder wenn sie wenn du siehst also wenn du nach hinten guckst ach du guck dich geh weg oh nein das ist doch nicht gut also ich erklär das mal was hier wenn die krankenschwester so machst du guckst nach hinten dann teleportiert sie sich also bewegt sie schneller und dann drehst du dann fäbelst du sie gehst du nach hinten also warte du bist die krankenschwester zu mir ja auch mal zu mir und dann muss ich so abhauen hier und dann hat sie verkauft dass wenn sie schlägt dann und dann kommst du hast du den rauch auch gesehen ja damit ja warte ja ich frau diese schalter das gefällt mir der nächste wurde gefasst das gefällt dir dann schöne bilder schicken von urlaub und das essen ja und du dann aber auch wovon na von es achso achso aber jemand will ja nee so welchen ist kurz lust wie lustig ja ich will katsching sogar zweimal auf einmal passt und schreckt oder ach nur ein bisschen wir müssen die person von hinten befalle in eigentlich das liebe ich diese schalter immer betätigt ich weiß nur dass wir einen generator machen der puls geht höher wo war sie gerade denn läuft einer ja ich sehe sie ich mach weiter komm noch mal die stürze nicht wir machen runter jetzt braucht er auch nicht mehr kommen puls geht höher das hassen wir hat mich angekotzt die hat mich nicht gesehen die hat mich nicht gesehen hat sie dich angereiert ja lecker gell wo bist du komm her siehst du einen almer komm komm warte wir müssen gleich kaputt komm her die ist da hinten hinter mir die kommt weg ach guck mal die hat kein ei abjaut ab auch auch komm mal blenden ja da habe ich voll verkauft ja da habe ich voll verkauft ich glaube mir schlecht ja guck mich auch auch klatsch der hat mich angereiert ich sehe es ja ich sehe es ich sehe es ich sehe es du ja ich sehe es du du ich sehe es bevor ich gleich abnüttel hier da klaut deine Kunden dahin ist er Achtung ach komm ich hab gekotzt ey warum nur mich f*** dich ein Statsmal hinter dir geht ne danke nur bei mir kommt in unsere Richtung aber auch schon wieder brauchen sie Hilfe ich bin tot wo ihr cook oh wie ich bin tot Mami ich bin tot ich bin tot Mit 91.000 Blutpunkten. Du mit 15.000. Bist du denn da dir her? Nee. Bist du ja nicht. Wohin soll ich? Zum Generator, der angeteilt wird. Der ist schon fertig dahinten, glaube ich. Ja, das hört man ja auch. Du musst gewinnen, bitte! 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 Warte! Was denn? Der ist ja fertig. Wird man ja? Wollen wir kuscheln? Geh kusch, kusch! Mach Spaß! Rechts! Hoch, bitte! Also, ne, nicht da! Hoch, bitte, Kamera! Ja, ist ja gut! Rechts! Warte, bisschen tief! Ja, gut! Ja, gut, so weiß! Der hier! Ja, den kannst du nochmal! Einsammeln? Ja, mach! Soll ich das hier einlösen? Ja! Also, erst wenn der Knopf auskommt! Kann ich mal das Ding anmachen! Achso, ja! Lass ruhig! Power, Power, Power! Ja! Ja, so nicht! Wie denn dann? Du musst ins Gesicht! Habe ich doch! Nicht unten in der Körper! Es ist das Gesicht oben! Wo ist denn sonst das Gesicht? Na, wo das Auge ist! Das seh ich doch, ne! Der Teichlamm ist auch kaputt! Ne, die ist leer! Achso! Äh, jetzt läuft's! Ja, du machst den Killer einfacher! Ja, wir sehen, wo es hingeht! Mensch! Schreien Sie mich nicht so an! Ich hab' mir schon so angeschrien! Habe ich nicht! Kann ich Beweise? Ja! Darf ich Ihnen was von produzieren? Was wollen wir produzieren? Ähm, das weiße! Ja! Ja oder nein? Äh! Die eine kommt! Ja! 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 ! Ja! Ja! Oh, ne! Oh, nee! Jetzt hat sie sie! Lass mal davor, dass du sie blockierst. Wo soll ich denn hin? Na, warum haben sie gekotzt? Weil ich verseucht bin. Wenn's gleich zum Ausgang. Wenn's zum Ausgang macht die Tür ist. Aber sie ist doch noch unten. Ja, einer kommt schon. Ich gucke gerade. Ja, deine kommt schon. Oh, das war knapp. Wo ist der Ausgang hier? Äh, warte. Äh, warte. Bitte, langsam bitte. Äh, muss man durchgucken. Ich glaube, rechts. Ja, da hinten. Ja, ist ja einer. Wo hier oder was? Ja. Warte? Oh, oh. Mach auf, mach auf. Renn gleich raus. Verstanden? Ja. Ja. Und mit ihnen auch. Damit sie auch läuft. Ja. Der eine hängt aber. Ja, du ist zum Tod. Ja. Ach komm. Warum bin ich auf dem letzten Platz? Ach komm, pickt euch. nicht. Hier nicht geschafft, oder was? Ach komm, ist die blöde Aufgabe. Na ja, andere kannst du es sonst nicht machen. Wie schaffe ich das denn sonst? Tja. Ich finde es doch raus. Ich weiß es doch selber nicht. Aber auch 0 von 5. Äh, 0 von 20. Ach, hast du selber Aufgabe? Wissen wir ja. Heute kommen wir ja nicht weiter. Hm. Na ja, schon, aber. Und dann bald war ich es halt. Aufnahmen neu starten? Ja, 25 Minuten schon. Dann will ich es sein, meine lieben Freunde, sage ich danke fürs dabei sein. Wir haben wieder mit dem Nächsten dabei. Bei der nächsten Folge. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Liken, kommentieren. Schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Linktree. Aha, geht doch. Boah. Wir sind in Twitch, TikTok oder Discord. Kann ja gerne auch vorbeischauen, wenn ihr wollt. Telegram und so weiter und so fort. WhatsApp-Kanal. Also mein WhatsApp-Kanal ist wahrscheinlich der Video-Kanal, was ich ja nicht... Ja, doch, habe ich mich mal reingepackt. Ja. Telegram-Grobo. Ja. Oder Channel. Ja, gut, jetzt kannst du was sagen. Ne? Und dann sage ich danke fürs dabei sein. Bis dahin. Bye-bye. Und ade. Tschüss. 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 Vielen Dank.